Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FamRama Video. Nach etwas längerer Zeit bin ich auch mal wieder da und ja, wir legen, denke ich mal, direkt los. Und zwar, ich werde mit euch das, ähm, jetzt nochmal Schlittenkitten-Event fertig machen und euch noch ein paar andere Sachen erzählen. Unter anderem, alle, die das letzte Video gesehen haben, wissen, was passiert ist und für alle, die es noch nicht wissen, er war es. Er hat es mir gesagt bzw. auch geschrieben und er war oder bzw. er hat noch was anderes gemacht, aber das sag ich jetzt nicht, sonst gibt es noch mehr Aufreger. Deswegen sag ich das jetzt mal nicht. Und jetzt noch eine gute Sache für alle, die sehnsüchtig auf mein Projekt warten. Das startet nicht mehr dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Und ich werde zu, also sehr wahrscheinlich zu Silvester ein Video drehen, ein Silvester-Special. Und das wird dann auch das allererste Video in diesem Kanal Neon3TV sein, sehr wahrscheinlich. Und das Video werde ich dann auch hier auf diesem Kanal hochladen. Direkt am gleichen Tag schaffe ich das natürlich nicht, aber ich werde es kurz danach auch online stellen. Und falls es nicht so gut wird, verzeiht mir, das ist mein erstes Mal, deswegen habe ich jetzt auch nicht groß Hoffnung, dass es gut aussehen wird. Geschweige denn, die knallen hier draußen, sonst hätte ich nämlich ein Problem, aber hier ist eigentlich immer was los, deswegen bin ich irgendwie guter Dinge. Das Schlittenkitten-Event geht noch bis Mittwoch, also bis morgen, ähm, 14 Uhr. Und ich denke mal, ähm, das kann man, oder hätte man locker schaffen können. Ich bin jetzt auch fertig geworden. Und ich habe dafür, das Ganze eben, kein Erntehelfer gebraucht, beziehungsweise benutzt und habe nur Kürbismarmeladen verwendet. Das heißt, es ging auch ohne Apfelkarotten-Chapney. Aber die, die natürlich entweder Erntehelfer hatten oder das Apfelkarotten-Chapney, die waren natürlich viel schneller fertig. Aber mir ist das eigentlich egal, Hauptsache ich werde noch fertig. Jetzt lahmt das hier total, okay. Unglaublich. Ne, das ladet mir jetzt viel zu sehr, also, ne. Ich habe jetzt auch genug, deswegen werden wir das Event jetzt mal beenden. So. Und es gibt Gerüchte, ähm, oder es steht eigentlich schon fest, dass es ein Silvesterevent wieder gegeben wird. Das wird Dinner for Moo heißen. Und es werden zwei neue Pflanzen kommen. Jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen, oder? Auf jeden Fall, das Land ist unglaublich, also. Ist echt für die Tonne. So, 150 Schneeflöckchen, oder Schneeflocken, gehen wir mal kurz ab. Ne, das... Ich aktualisere mal kurz die Seite. So, da sind wir wieder, und jetzt hoffe ich, dass das Spiel nicht mehr so hakt. Und, naja, würde ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es, keine Ahnung, stimmt jetzt irgendetwas nicht, aber, auch das werden wir, ähm, ja, oder das wird beim nächsten Mal behoben worden sein, hoffe ich mal. Ja, ja, also mit Pharma-Rama stimmt ja derzeit einiges nicht, also. Und wie ich gerade auf Pharma-Rama-Fans gelesen hab, sollen morgen, oder, ne, ich glaub am Wochenende, zwei Events kommen. Einmal ein Baby-Boom-Tag und eine Super-Futter-Spar-Aktion. Also, und vor allem Baby-Boom-Tag, also, ich weiß zwar nicht, wann der genau war, aber der war da auf erst verkossen, also. Die übertreiben es jetzt echt mit den Events, also. In den Kommentaren hab ich auch gesehen, dass jetzt viele oder einige streiken wollen, also. Die übertreiben maßlos, also. Die sind wirklich nur auf Kohle aus, also, das weiß, denk ich mal, jeder. Die übertreiben jetzt total, ähm, oft, also. Eigentlich immer. Deswegen werde ich auch bei diesem Baby-Boom-Tag und bei dieser Super-Futter-Spar-Aktion nicht mitmachen. So. Ein Turbo-Hamster 2011 und drei Sternchen. So. Mein Gott, ey, das dreht mich jetzt echt wieder auf, also. Mein Güte, ey. Das ist wirklich unglaublich, also. Ne. Ne, die ganze Seite hängt jetzt gerade, also. Ja. Ähm. Ne, das geht jetzt gerade alles nicht. Es tut mir jetzt sehr leid, ich versuche, jetzt. Wir. Ne, ich werde jetzt nicht rausgeschossen, oder? Also, ablösieren, das ist auch gut. So. Und bevor ich es noch vergesse, und zwar ich habe mir einen neuen Account gemacht, also dieser Account wird weiterhin bestimmen bleiben und ich werde weiterhin da jeden Tag, wenn ich Zeit habe, online gehen. Und auf den anderen Account, da werde ich jetzt auch aktiver und zwar der heißt Neon3TV. Habe ich auch unter anderem für mein Projekt gemacht, das bald hoffentlich starten wird. Das ist jetzt echt zum Kotzen. Also, wenn ihr genau das gleiche Problem im Moment mit Phamorama habt, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das nur bei mir so ist, weil sonst hakt das ja auch nie so extrem. Wie ich das mache hier, wirklich, das ist echt... Also, wirklich so wie das im Moment ist, kann man wirklich nicht vernünftig spielen, also... Und es macht auch überhaupt keinen Spaß, wenn das wirklich so hakt, also... Wir machen das Spiel immer mehr kaputt und... Angefangen mit dem Markt, bis hier zum Inventar, was total lange braucht zum Laden, bis hin hier zu der ganzen Performance. Ich werde jetzt mal kurz alleine die Sachen einlösen, weil... Ihr seht ja, es geht nicht voran. Es wird, oh, denk ich mal, ein bisschen langweich und ich sag dann mal, bis gleich. So, jetzt müssen wir nur noch 125 Schneeflocken einwerfen und dann... Haben wir es auch schon geschafft. Jetzt ist es wieder unglaublich am Haken und war mir auch... Völlig klar... Ein Hentiai, ein Weihnachten 2011 Sticker, ein Weihnachtsphase und drei Sternchen. So. Ich könnte euch jetzt eigentlich auch die iTunes zeigen, aber... Da das Spiel jetzt momentan sowas von hängt, erspare ich mir das oder euch. Und im nächsten Video werde ich euch die dann zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal und tschüss! Da wir ... ... Untertitelung des ZDF, 2020